Oder hat mehr Suppen jetzt ich? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Minigames. Heute bin ich mit mir 1.1 auf die Moja. Und ja, der erste Kampf ist hier gegen einen Typen, deren Namen ich gar nicht erkennen kann von so weit hier hinten. Da ist Pixels, Pixels. Hallo, er rennt auf mich zu und kann mich hauen. Kann ich ihn auch hauen? Ja, ich glaube, ich kann ihn auch hauen. Ich haue ihn, ich haue ihn. Oh, man kann sogar Doppeljump machen. Das war toll. Geh auf geht's, die töte ich jetzt. Wo doch nicht. Wir sollen zurückkommen, ich möchte ihn töten. Kannst du mal hierher? Bitte. Ich haue immer ab. Schau mal, was ist das? Slowness? Erstmal trinken. Ich habe mich langsam mit meinen Spaß. Komm, ich gebe jetzt so einen Jumpschuss. Nicht getroffen. Einmal will ich einen Treffen im Jump. So, nochmal springen. Treffen so nicht. Doch, habe ich einmal. Einmal habe ich ihn getroffen, dann kann ich jetzt gegen ihn kämpfen. So, gut fight. Oh man. Ich wollte doch eigentlich einen Super-Kit hier haben. So, Rechtsklick machen und dann Suppen-Kids forcieren. So, dann sollte ich eigentlich einen Suppen-Kit... Komm, genau so. Der Kampf hier ist gegen einen Typen namens Georg. Georg Alberti. Geiler Name, du. Voll lustigen Skin, hat voll die krassen Augen. Entweder habe ich Hex oder ich hätte ihn einfach nur komisch. Ich glaube, ich hätte ihn einfach nur komisch. Okay. Na gut. Oh man. Warte, müssen wir mal eine Ränder bis hin, bis wir da runter machen. So. Auf 8 sollte reichen. Nächster Kampf hier gegen... Jojo HDDDD. Gerne Name. Auf geht's. Ich glaube echt, die meisten Leute hier auf die Moya lernen. Wahrscheinlich gerade erst Suppen. Oder ähm, einfach nur dagegen gekommen, dass ich Suppen. Ja, ich glaube zum Beispiel, der Lern vielleicht Suppen. Oder ist einfach nur random auf einen Suppen-Kit gekommen oder so. Keine Ahnung. Nächster wieder. Gegen... Simon Deepay. Hallo. Na. Ja. Ich möchte dich töten. Hat der Hex? Der Hex? Warum bekomme ich denn einen Hacker? Sag mir mal bitte warum. Wahrscheinlich hat er auch noch Autosuppe oder so. Komm, Schweine gegen den Hacker. Auf geht's. Eine kleine Challenge hier. Hoffentlich hat er kein Autosuppe, sonst habe ich überhaupt keine Chance. Ja, ich werde eh keine Chance kriegen, Mann. Ich hasse Hacker. Warum hackt man denn? Bitte. Sag mir das. Warum muss man denn hacken? Ne, der hat sogar noch Autosuppe dazu. Das war wie eine Lava-Challenge hier, Alter. Ich kann nicht re-craften. Finde ich gut. So, so. Hä, hat er ausgemacht oder was? Ne, ne. Ich muss auch re-craften. Oha. Der lernt gerade, wie mein Hot-Kit habe ich das Gefühl. Dann hat sich ein Hex so reingemacht, damit das bisschen einfacher geht. Ja, gut. Ich will das so machen. So. Hat er das ausgemacht? Ne, nur wenn er steht, dann habe ich nur ein Boot oder so. Oder er sucht einfach gerade Autosuppe. Dann wird er nicht mehr suchen. Kann ja auch sein. Oder der ist einfach nur gut. Ja, ja, der ist einfach nur gut, Jungs. Da kam ich halt so klasse. Das ist normal. Ja, ja. Schreib good fight. Schreib mal good fight gegen Simon D. Pei. Den Namen merken wir uns doch mal. Ja, gut. Wir hoffen, dass unser nächster AG kam. Ist das schon. Motto, dass er Kardus-Pedip der roten Namen hat? Keine Ahnung. Ist mir jetzt egal. Schreibe ich nachher. Den wollte ich einfach nachher. Hoffen wir es nicht wieder gegen ihn. Ja, diesmal nicht gegen ihn. Das ist gut. Hoffentlich hackt ihr jetzt ja nicht. Das wären die so schon, wenn jetzt irgendwie alle gegen mich hacken würden. Na gut. Auf geht's in den Kampf. Oh gut. Na gut, die meisten Leute können einfach hier auf dem Meer nicht richtig suchen. Es sei denn, der Schwiegling-Hacker, die könnte ich immer richtig krass suchen. Nochmal gegen ihn. Aber du konntest doch grad schon nicht suchen. Warum machst du denn das? Und nehmen sie nochmal das Subkit. Hm? Und wie ist er denn zurück? Was machst du denn da? Sag mir das mal bitte. Okay, komm, kämpfen wir. Da, 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 da. Warum nimmt er denn keine Suppen? Man kann doch dahin scrollen. Habe ich da früher auch gemacht. Musstest du einfach ein bisschen nehmen, dann sollte das eigentlich passen. Naja, egal. Dann geht das hier gegen den nächsten gegen den TNT-Creeper. Auf geht's. Da, 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 da. Ich glaube, der kann ein bisschen besser suchen. Da hätte ich mich auch schon wieder so komisch. Aber er ist tot. Und das ist gut. Ich gehe in den nächsten. So. Hier gibt mir kein Subkit. Oha. Jim. Der leckt komisch. Das ist nicht so schön. Leckt doch nicht. Hallo, apportest du dich. So. Ich sehe gar nicht die Potion. Der leckt. Oh man. Achso, und übrigens, ich habe jetzt hier auch einen neuen Skin. Falls euch das hier aufgefallen ist. Und ein tolles Cape. Äh, da steht hier ein tolles Minecraft Cape. Aber es ist kein richtiges Minecraft Cape. Das ist einfach nur ein, äh, Levy Mod Cape. Und, ja. Keine Ahnung, ich mach den Skin irgendwie. Und die Hand hier ist auch so richtig cool. Danke an Levy. Der hat mir diese Hand so toll gemacht. Hier, weil ich nicht wusste, wie das geht. Und ich habe das bei anderen YouTubern gesehen, die die Hand auch so cool hatten. So 3D-mäßig. Keine Ahnung, was das sagen soll. Äh, ja. Nochmal danke an dich. Und nächster Kampf. Core Beauty Palace. Oh man, dieser Name. Na, hallo. Hallo, du bist der Gabe am Ende. Guck mal, guck mal da. Da bist du Geld. Tschüss. Skri. 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 aber ich kann ihn trotzdem kommen obwohl ich irgendwo hin schlagen dass er sein brüchen ja gut ich habe ganz genau 30 fps im moment gehabt gerade weil ich wieder normale fps 24 120 gerade ist auch weniger 30 oder so diskutieren halt gerade die ganze das fühlt sich richtig eklig an damit sollte er kämpfen er soll jetzt mal sterben oder hat mehr so gemäßig das könnte krasse kommen oder wollte er mich einfach nicht schlagen zurück zurück dann bam bam und dann hätte diese fps einbrüche wäre alles toll dann könnte man auch ein bisschen damit muss man gleich gucken wollen dass ich wahrscheinlich wieder meine festplatte dass die gerade voll wird weil ich immer zu faul bin dateien unter zu löschen wenn wir jetzt auch mal sterben hier schon fast keine rüstung mehr es könnte auch sterben auf geht's so das ist die letzte hopp bei die ich gegen den schlucken muss das letzten suppen denke ich mache ja gut geht es nicht mehr gut für ihn aus also wird nicht gut für ihn ausgehen oder ich bin gleich der master guckt hab's gewusst ist es nicht mehr als diese kundige freit so ja gut ich muss gleich hier meine renner sachen fixen und dann nehme ich gleich noch was anderes auf aber jeden fall war es jetzt erst mal für die folge für keine ahnung welchen tag aber egal auf jeden fall wenn euch das video gefallen hat würde ich mich selber eine positive bewertung freuen und ja schreibt mir mal bitte in die kommentare was wir spielen muss ich ja jetzt nächstes bringen soll bzw was ich so spielen soll weil hg jetzt ja dauerndes beziehungsweise hg ja wie ihr ja schon wisst nicht mehr von mcpp ach das muss ich jetzt gar nicht sagen was wisst ihr jetzt schon alles auf jeden fall schreibt einfach andere spielmodis in die kommentare die ich bringen kann anstatt für hg beziehungsweise die erstmal hg ersetzen auf meinem kanal und ja dann würde ich sagen tschau da rein bis zum nächsten mal und bei